Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Quinti Crunch, heute den 320. etwas verspätet. Ich habe es heute Nacht erwähnt, ich habe es nicht durchgehalten, weil er kam erst um kurz vor 4 oder so online und da war ich schon pennen. Sorry, aber das habe ich irgendwie damit gekriegt, das war zu lang. Gerade nach der anstrengenden Woche bin ich noch pennen gegangen und jetzt kommt er ein bisschen verspätet. Wir haben zum Glück nicht so viel verpasst, das ist jetzt kein umwerfender Hörnchen Crunch, aber wir gehen auf jeden Fall mal alles durch. Lustig, das Bild habe ich vor ein paar Tagen schon mal irgendwo gesehen. Für ein Video habe ich das benutzt. Lustig, dass es jetzt zum Crunch ist. Wir haben jeweils das halt hier für Windows Live, wir haben Arc on Nintendo Switch, da gibt es noch ein bisschen was zu, die animierte Serien und da war auch nochmal ein Video. Claim for Free, also dass man Arc Card und sonst bekommen kann für den PC, darum geht gleich zu und halt andere News und natürlich halt wie immer das Evolution Event, das was noch bis zum 20. Juni läuft. Auch hier die Werte und natürlich die Community Corner Sachen von den Zuschauern. Auch hier natürlich gerne einfach, dieser Link in der Beschreibung, wenn ihr davon irgendein Bild haben wollt, checkt es auf jeden Fall aus. So, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Übersetzung, ist nämlich gar nicht so viel, ihr seht und dann starten wir. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Community Crunches. Während wir alle nach dem Stab von Fürdow und all den Arc-Neuigkeiten dieser Woche zu Atem kommen, können wir nicht anders als dankbar und demütig zu sein, dass der Arc-Community uns dabei hilft, einen neuen CCU-Rekord zu erreichen. Wir sind überwältigt von der Unterstützung und der Leidenschaft der Community. Auch an der Leidenschaft der Leute möchte ich vielen, 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 vielen Dank sagen. Wir haben es geschafft, die 10.000 Abonnenten hier auf YouTube zu knacken, was umwerfend krass ist. Umwerfend krass. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich bin mega geflasht. Ich würde auch nochmal vielen Dank sagen. Auch vielen Dank, alle, die am Special mitgeholfen haben. Auch alle, die am Special, da gaben so viele Dank unter diesem Community Special, was hochgeladen hat. Das ist krass. Das wird es auch mal im Video dazu geben. Weil ich das jetzt hier nicht so ganz krass thematisieren möchte. Aber ansonsten sage ich vielen Dank an alle, die den Kanal supporten. Ihr schon Ewigkeiten dabei seid. Auch die Neuen, die dazu gekommen sind. Einfach richtig krass, Leute. Danke. Ihr seid meine Motivation, diese ganzen Videos zu machen. Danke. So, bevor es jetzt hier gefühlt schwarflich wird, dass ich am Samstagmorgen anfange, irgendwie hier, keine Ahnung, die männlichen Tränen zu vergießen, gehen wir weiter im Text. Ich wollte nur noch an der Stelle auch mal meine Wörtchen dazu sagen. Die vergangene Woche war volle Arc-Neuigkeiten. Von Arc 2 bis zur Arc-animierten TV-Serie. Ja, zur TV-animierten TV-Serie habe ich kein Video noch gemacht. Das kommt aber noch. Es gab eine Fülle von Inhalten und Informationen, die wir mit der hungrigen Arc-Community teilen konnten. Zu den kommenden Arc-Inhalten gehört Fjördo, der am 12. Juni veröffentlicht wurde und auf allen Plattformen verfügbar ist. Mehr über Fjördo und seinen EU-Einwohnern erfahrt ihr hier. Ja, da ist halt dann so ein Twitter-Link zum Dings, aber hier auf dem Kanal habt ihr genug Videos zu Fjördo. Was die kommenden Inhalte angeht. Wo steht Arc-Ultimate... Warte, was die kommenden Inhalte angeht. So steht Arc-Ultimate-Serie-Einwohnern kurz bevor. Das Team von Grove Street plant eine Veröffentlichung im September und eine Präsentation auf der PAX West an. Weitere Informationen und eine Demo eines früheren Entwicklungsstandes gibt es hier zu sehen. Das dreht sich aber hier um die Nintendo Switch-Version, wenn ich das gerade jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, hier. Dreht sich hier um die Nintendo Switch-Version, weil die bekommen ja eine geupdatete Version und alles ein bisschen anders da. Da gibt es auch nochmal ein einzelnes Video zu, weil die bekommen da ein bisschen Special-Content. Aber das kommt dann auch demnächst. So, dann haben wir... Genau, die Community hat auf weitere Informationen zu Arc-Ultimate-Serie gewartet. Wurde diese Woche mit neuen Bildern der kommenden Darsteller belohnt. Jeremy hat kürzlich einem von Jared Cocker fertiggestellten Titelsong von Mylene auf Twitter geteilt. Auch da, wie gesagt, Leute, zu der animierten Serie kommt nochmal ein einzelnes Video. Wenn du das liest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Arc bereits auf Steam besitzt. Klar, also ich so bin schon. Aber haben das alle deine Freunde? Verpassen Sie nicht dieses unvergessliches Angebot. Ihr habt nur noch bis Sonntag 10 Uhr Zeit. Der Pacific, das müsste 19 Uhr bei uns sein. Also aktuell könnt ihr auf Steam Arc euch umsonst runterladen. Ganz wichtig, das Grundspiel, nicht die ganzen kostenpflichtigen DLCs. Aber das heißt, theoretisch gesehen, ihr kauft euch umsonst, dauerhaft ist es dann, Arc. Und könnt dann Fjordur, Crystal, Ragnar und die ganzen Mod-Karten und Mods alles benutzen, wenn ihr euch das zulegt. Ganz wichtig, wenn ihr das machen wollt. Aufgrund einer Konfigurationsfehler auf den Small-Trib-Servern von Fjordur konnten einige Stämme die maximale zusätzliche Anzahl von Spielern in einem Stamm überschreiten. Wir reden hier von Playstation, ganz wichtig. Der Konfigurationsfehler wurde inzwischen behoben. Das Durchsetzungsteam wird am Dienstag anfangen, Beginn Maßnahmen gegen Stämme zu ergreifen, die die maximale Spielanteil überschreiben. Bitte plant, ja, entsprechend. Heißt, habt ihr größere Tribes auf den Small-Trib-Servern, Leute, löst sie vorher auf. Falls ihr eine der anderen Neuigkeiten verfasst habt, solltet ihr euch unseren ausführlichen Beitrag über die Pläne für Arc 2 ansehen. Auch da, Leute, haben wir ja Videos gemacht. Also, es gibt ein Arc 2-Video, es gibt zwar animierte Serien, noch keins, kommt wie gesagt noch. Auch ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber es war auch die Woche echt mega stressig. Ja, Leute, eigentlich will ich jetzt gar nicht länger groß quatschen, weil es macht ja keinen Sinn, den Community Crunch jetzt mega in die Länge zu ziehen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Sobald, wie gesagt, jede Woche der Crunch kommt, gibt es ein Video, Patchnotes und alles andere natürlich auch. Also, Leute, vielen Dank. Dein Laik ist stark.